Ja, okay. Ordens, wo ist es? Da! Och. Nee, hier ist nix mit Hilfe rufen. Da rechts war nur... Nein, lass die doch mal in Ruhe, da ist sie tot. So, jetzt hier irgendwo hoch, ne? Gehen wir mal hier lang. Was? Wie? Hm, hm, hm. Was zum Teufel? Och. Entschuldigung. Mann, 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 Mann. Äh, komm, ich mach das jetzt noch. Und wenn's ne Stunde dauert. Nach 40 Minuten bricht man nicht mehr einfach mittendrin ab. Gehört sich nicht mehr. Und haut zu. Haut drauf. Torma verabschieds ich auch gleich. Ne, halt, wir wollen jetzt hier lang. Dann kommen wir jetzt noch weiter. Richtig, richtig. Und hier wieder raus. Nee, was soll denn dat? Ich will doch nur... Select... Items... Bekommt hier dann ne Potion geschenkt? Oder zwei? Haben ja genug. Aha, wir haben die Ahnenhöhle ausgetrickst. So macht man es. Nein, nicht komm her, geh weg. Da ist ein Unterschied. Ach, Mann. Aber egal, gleich haben wir das hier alles hinter uns und dann gehen wir speichern und dann ist alles schön. Hoffentlich macht die Aufnahme so lange mit. Denn, äh, Camtasia hat ja manchmal die freundliche Angewohnheit, einfach Feierabend zu sagen. Was äußerst unhöflich ist. Ist zumindest bei mir so. Wenn ich länger als eine Stunde oder so aufnehme, dann verabschiedet sich Camtasia einfach manchmal. So, wenn ich die Aufnahme beende, dann sagt es, ach, das ist mir jetzt eigentlich zu lang. Da habe ich keine Lust zu rendern. Tschüss. Was natürlich totaler Bockmist ist, aber... Was sollt? Kann ich in dem Augenblick dann auch nicht mehr ändern. Ja, ja. Nein! Aus, böser Bulle. Nein, keine Hilfe. Fünf! 1200 Erfahrungspunkte, vor denen ich hier gerade versuche zu fliehen. Mit geringem Erfolg, wie mir scheint. Nee, nicht vier. Lass doch Torma in Ruhe. Endlich. Ja. Okay, nee, hier geht's nicht weiter. Gut, gut, gut. Schleiche ich hier lang wie so ein Geheimangent. Nein! Oh, Mann, no! Nur speichern. Das vielleicht. Tschüss, Pity. Ich glaube, das Video wird geteilt. In zweimal 20 Minuten. Oder irgendwie so in dem Dreh. Ja, das Video wird geteilt. Ja, auf jeden Fall. Ja, komm. Ja, tschüss, Pity. Ich weiß. Schön, dann habe ich ja... Wie ist es aus? Obwohl, vielleicht teile ich es auch in dreimal 15 Minuten. Ich werde ja noch ein paar Minuten brauchen. Dann ist es eine Dreiviertelstunde. Ja, ich teile es in drei Parts und dann ist es schön. Nur mach. Wollte eigentlich nur 10 Minuten oder so aufnehmen, aber nö, nö, nö. Da wird man auch gleich viel entspannter, wenn man sagt, man schneidt das Video einfach mittendrin. Huch, was... Was zum... Wegrennen, habe ich gesagt. Wegrennen, habe ich gesagt. Nicht versuchen. Echte Männer versuchen nicht. Die machen gute Nacht, Thomas. Danke, Gerda. Oh, jetzt reicht mir das aber. Jetzt rennen weg. Nicht Gift, nicht Gift. Gut. Seit wann bleibt Gela eigentlich da? Und was hat er genommen? Flügeltanz. Nö, 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 nö. Jetzt pennt Eldi natürlich auch noch. Es ist doch zum verrückt werden. Was soll ich dazu noch sagen? Bitteschön, liebe Leute, Freunde, Kollegen. Hauptsache, der pennt. Der pennt einfach. Der wird verhauen und pennt weiter. Ja, der Junge hat einen tiefen Schlaf. Selbst ich wache auf, wenn ich ein Pen aufs Gesicht kriege. Glaube ich zumindest. Ja, steht er jetzt auf? Nö. Eldi schläft. Eldi schläft. Eldi schläft. Dü, dü. So, jetzt renn. Renn, renn. Oh. Und weg. Nö, nö. Gut. Du wurdest überrascht. Weil Ella-Badge. Tschüss. Mit dem kann ich mich nicht vereinen. Oh, gut. Gut, gut. Jetzt dann nochmal wegrennen, bitte. So schön, wie du das eben schon mal gemacht hast. Ja, ist mir alles egal. Nur flitzen. Tschüss. Geh mir auf ein Nerb-Spiel. Hm, 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 hm. Eldi mag's hier. Eldi mag's hier. Der kämpft gern. Weißt du, zu fliehen heißt sich umzudrehen und wegzurennen. Oh, Gott. Ich kann jetzt einfach mal ganz getrost den Controller bei Seite legen, weil Eldin pennt. Oh, hast du doch gerade erst geknackt. Wie kannst du wieder müde sein? Na, da brauchst du keinen Schlaf mehr zaubern. Das... Der ist schon in Morpheus' Arm. Nochmal? Jetzt pennt er doppelt. Er doppelt schläft tiefer. Ich glaub, ich geh mal zwischendurch was essen oder... Oder... Oder ein Nickerchen machen. Oder ein interessantes Buch lesen, weil... Eldin scheint nicht allzu bald aufzuwachen. Wie auch, wenn das Ding permanent Schlafzauber... Zaubert. Wenn es Zaubert zaubert. Oh, das war ja... Meisterleistung von mir. Komm, ich mach nebenbei einfach mal nur den Game Boy Advance an und spiel... Ja, was spiel ich denn da? Was hab ich hier rumzuliegen? Äh. Metal Gear Solid, only for Game Boy Color. Ist mir neu. Ich mein, ich hätt's irgendwann mal für Playstation gesehen, aber gut. Vielleicht hab ich mich da verschaut. Komm, 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 steh auf. Steh auf, wenn du ein Eldin bist. Oh Gott. Spiel, weißt du das zu einem richtig... Oh nein. Sag nicht, das hat sich jetzt erledigt. Spiel und da steh dich. Ey, ich fass es nicht. Der steht nicht mehr auf. Der hat Feierabend gemacht. Der pennt, der liegt im Koma wahrscheinlich. Und jetzt? Nö. Nö, nö. Jetzt aufstehen? Nö. Ich glaub, ich schneid ab hier, bis der Kampf vorbei ist. Endlich geht's weiter. Das hat noch ganze 5 Minuten gekostet. Na komm, komm, komm. Ja, super. Und raus, und raus, und... Feierabend? Nein, natürlich nicht. Wer kommt denn auf so eine dumme Idee, dass das hier vorbei sein könnte? Kannst du doch nicht bringen, einfach mitten drin hier. Ja, da oben ist nochmal Pityplatsch. Der freut sich auch gleich, mich zu sehen. Ja, bleibt er weg, bleibt er weg. Wie man sieht, hat Eldin inzwischen auch schon Aua. Weil das hat wirklich so lange gedauert. Und dann hat er mal einen Schaden bekommen. Dann hat er mal zwei Schaden bekommen. Ach, warte schön. Und jetzt ist mir gerade eine Packung Milka entgegengekommen. Das tut ihm manchmal so. Und rein da. Und wohin da lang? Und jetzt weg, 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 weg. Da oben sind hoffentlich keine Bäume mehr. Ey, Schmetterling. Untersteh dich. Untersteh dich, Kamerad. Nein. Egal, den verhau ich jetzt. Den verhau ich jetzt. Aber sowas von ist mir komplett egal. Ja, dann... Dann mach mein Pity doch tot. Ist mir egal. Ihr werdet jetzt verhauen, ihr blöden Motten. Schmetterlinge. Viehzeug. Ich würde so kotzen, wenn die Aufnahme jetzt abstürzt. Ich weiß es nicht. Dann würde ich irgendwelche fiesen Sachen machen. Wenn ich das Ganze hier nochmal aufnehmen muss. Wirbel, wind dich selbst. Kabuff. Super. Elgin ganz allein da. Da kann er wenigstens was mit den Erfahrungspunkten anfangen. 600? Hm, das werden ja nur drei Kämpfe der Art. Und Elgin wird ein Level kriegen. Weiter geht's. Hier waren wir doch überall schon. Was soll denn das? Fliegen wir nochmal. Mal gucken, ob es diesmal was bringt. Wenn da nur was klappert, dann da. Ich glaub... Ja, ich mach hier doch Pause. Was soll's. Kann man nun mal nicht ändern. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Gut, dann bis zum nächsten Mal.